Schande. Herzlich willkommen auf der Icarus-Basis. Das ist beeindruckend. Okay, was war das? Die Basis wird angegriffen. Das Target ist offen. Ich muss diese Leute hier wegschaffen. Wir haben einen Ausweg. Wir wissen doch nicht, was uns dort erwartet. Wo sind wir? Milliarden Lichtjahre von zu Hause entfernt. Es ist wirklich schön hier. Ein tiefer Asitzug und man ist tot. Das Lebenserhaltungssystem bricht zusammen. Diese Menschen sind in Gefahr. Dieses Schiff fällt langsam auseinander. Sie sind offenbar nicht in der Lage, die Zeichen zu deuten. Was sagen Sie, wie viel Zeit wir noch haben? Höchstens ein paar Stunden. Was bleibt uns da noch übrig? Der Tod. Wir werden alle draufgehen. Wir wollen endlich nach Hause! Ich bin nicht sicher, ob das möglich ist. Ich habe ihn sterben. Wir versuchen, nach Hause zu kommen. Was soll ich tun? Du musst durchhalten. Ich will hier draußen nicht sterben. Ich will hier draußen nicht sterben.